Komm, mach mal die Managementvertrag bei uns, Jamaniak. Kuss mal die C, Jamaniak. Die zwei sind durch. Komplett fertig mit der Welt, Bro. Copy, oder? Nein, ich kiff nicht mehr. Die Überschrift ist, kiffst du noch? Ich? Da kommt ein Bild. Aber sie fehlt meine Vision. Baby, girl, komm mal von mir. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst nicht zwei von mir? Küsst die C, Jamaniak. Jawohl, Jamo, Digga. Warte mal kurz, Bruder. Warte mal kurz, Alter. Auf jeden Fall habe ich mir das Video hier gestern. Da habe ich mir das Video gestern reingezogen. Memo, Jamaniak. Lass uns das mal kurz angucken. Ich fand das brutal witzig. Der ist geil, Bruder. Wenn ich die zwei schon sehe, Bruder, Herz geht einfach auf. Deine ist anderthalb Stunden. Nein, du bist spülen vor. Was geht ab, Tim? Wie geht's dir? Alles gut? Warte mal kurz, warte mal kurz. Warte ganz kurz. Ich muss meine Kamera woanders hin machen. Friends, das ist der Live-Free von gestern. Der ist so geil. Amdela an dir? Noch Amdela. Da ging es ihm noch gut. Warte mal, Digga, ist leise, ne? Das Video. Warte, ich... Hä? Ja, du... Er hat das weg... Er hat das... Der gute Memo hat das, glaube ich, so gescrollt. Aber bei mir auf TikTok ist das ein Reel. Ein Mädchen schreibt gerade hier rein, Free Memo. Ja, ich kann hier raus, ich könnte klatschen, über was ihr wollt. Alter, ausgaben zu. Können... Dürfen wir? Ihr dürft, ihr habt jetzt mein Segen. Tamam, mach zu. Memo, Memo, überleg dir das, überleg dir das, was ich gesagt habe. Wallah, mach so, das ist eine gute Geschäftsidee, Wallah. Inshallah, inshallah. Wir reden dann später nochmal in Ruhe, ja? Komm, mach mal die Management-Vertrag bei uns, Yamaniak. Kuss mal die Zähne, Jamaniak. Mach mal die Management-Vertrag bei uns, Yamaniak. Kuss mal die Zähne. Du hast dich gefickt, Leute. Ey, Manu, du hast mein... Der arme Bro, der ist los. Kuss mal die Zähne, Jamaniak. Ey, hast du dir gedacht? Kuss mal die Zähne, Jamaniak. Bro. Warte. Juhu jetzt. Memo. Ja? Kuss die Zähne, Jamaniak. Ich lasse euch in Ruhe, ich lasse euch in Ruhe, jetzt. Quatsch, was ist das? Pass auf euch auf, ja? Ja, komm mal hier! Warte mal, warte mal. Du hast ihn selber hochgeladen. Janne, das heißt, du verstehst den. Du weißt, wie wir sind. Der versteht den Humor, der versteht den Humor. Das ist Maschala. Freunde, tut mir alleingefangen. Geht mal auf sein Instagram und schreibt den Kuss die Zähne. Die zwei sind durch. Komplett fertig mit der Welt, Bro. Nein, nein, nein. Memo, das war nur Spaß. Der weiß nicht, was ich hab ihm gesagt. Das war Spaß. Das ist ein Insider, der weiß das. Boah, Freunde, ich schwöre, ich hab Halsschmerzen von Lachen. Ich kann nicht mehr, ich brauch einen Tee, ich schwöre bei Gott. Ey, müsst ihr euch vorstellen, Freunde, als wir live waren, das ging ja noch weiter, weil Memo ist ja rausgegangen und ich und Manu waren noch live. Das ist normal, damit man Überblick behalten tut. Okay, ich verstehe, Bro. King 347 Black. Wir haben noch gelacht. Ich weiß nicht, wie ich diesen Abend überstand, ich hab, boah, ich hab Seitenstiche von Lachen gekriegt. Ich schwöre bei Gott, das war so krass. Das ist so krass gewesen, Alter. Das war einfach unnormal. Aber warte, warte. Der lag ein Mino, lass dir. Warte, warte, warte. Der kann uns austricksen, der Memo. Der hat diese Stelle gescrollt. Aber ich hab das bei mir auf TikTok, Habib, wir gehen das auf TikTok schnell. Wen willst du ficken? Hier ist das, was er weggemacht hat. Guck mal, jetzt. Das ist das Verständnis von Silha, ma Silha. Mach's boot, nie. Da hab ich aber nie. Guck mal. What? Bro. Böder, mach's gerade, bitte. Wollah, bitte. Warte ganz kurz, Bruder. Hey. What? What? Guck mal, Guck mal, bitte. Guck mal, bitte. Guck mal, bitte. Guck mal, bitte. Guck mal, nein, ich kiff nicht mehr. Die Überschrift ist, kiff so noch, ich? Da kommt ein Bild. Hahahaha. 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 Haben die mich gefickt, oder? Hahahaha. 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 Bro. Da draußen gibt es, die sagen, Manuel ist ein Arschloch. Oder Manuel ist ein Wichser. Zachtain. 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 Und Deutschland. Jetzt mal auf. Diese ist lustig, Freunde. Ich schwör dir, Alter. Checkt das auf jeden Fall mal ab. So die Highlight-Dinger. Die Highlight-Dinger von, äh, von Synergy und Manuel ist, Bro. Zu wild. Zu wild.